hey leute willkommen zur nächsten folge von the forest und natürlich wieder zusammen mit dem einzig waren flo hallo ja der ist einfach gerade leute ich habe mir hotkeys gelegt seht ihr das guck mal hier ich habe die kletterachs jetzt hier dann mein katana mein bogen und die leuchtpistole das ganz schillig eigentlich da muss ich nicht immer so viel rum switchen wir wollten uns auf den weg machen um die moderne achse noch mal zu suchen am anfang wenn es jetzt noch ein bisschen leck das erinnert gar ein video raus es ist aber in innerhalb ein paar sekunden jetzt bald fertig dann der flot gemeint dass hier irgendwo die höhle ist und wir gucken jetzt haben wir ob hier eine höhle ist das sind leute einer zumindest bisher der ruft jetzt seine kollegen wir suchen jetzt ob hier wirklich die höhle ist und ob hier auch das die verbesserte axt dann ist er ist da hinten immer noch das noch einer rechts laufen durch den wald einfach leute und wir laufen auch durch ihn bleiben müssen weiter da hinten ist ein fetterer sind was ja bleibt mal ein bisschen hier bei mir er hat uns gesehen ich habe gerade angst dass es von drei seiten also es soll angeblich diese hülle hier sein mal gucken ob wir hier was finden oder nicht wir bekommen auf jeden fall ein eintrag in der to do list schonmal und das lag bei mir noch also ich würde noch kurz warten und hier ist wieder wasser Da, da, da. Da, da. Dein, du Arfe. Wollen wir hier lang? Da kommt einer. Hier sind noch ein paar, ne, ist hier bloß. Noch mehr. Hä, wie schnell denn der? Hä? Was ist mit dem? Da ist doch wasser, das ist das Problem, da ist immer ne Spinne, ne? Da ist immer eine Wacke. Ja, ich hab's gemacht. ja die zwei haben wir es mal gekillt ja dann lass mal erst in die Ritze da hinten warte ich mal an die Schlüssel mal rein er ist durch die Hälfte alles klar und hier ist wieder Kassette hier ist gar nichts auch tatsächlich aber ich kann es nicht aufnehmen warte mal Kassette 1 Hörst du es? ne ne, hörst nur du das ist Musik echt jetzt? so richtig neunziger Musik, Alter ist doch cool wegen deiner Stimmung, Alter, wow ich hab jetzt Angst wie geht das aus? ja hier hinten ist Alu, wahrscheinlich hier ist Alu das geht nicht mehr aus das geht nicht mehr aus haha äh tüli, verrückt das muss irgendwie ausgehen hier kannst du in die tiefste Ritze reingehen hier noch weg hier geht's noch übelst weit, ne? was machen wir hier eigentlich? wir erforschen dir Ritzen das ist dein Fachgebiet also komm, mal was Produktives let's go to die Spinne ne, wir gehen erstmal in die andere Richtung aber dann kommt die Spinne von hinten hier ist wahrscheinlich gar nichts da ist ein Gollum, Hilfe, ich kann nicht aufstehen da denk ich aber auch, er kann nicht weiter doch, ich komm auch nicht weiter ah, hi ja, warte, was ist denn das für eine Höhle? ich seh wieder nichts, ne? ja, was macht er? ich würd nicht zu weit reingehen ja, ich seh nichts eben, ich auch nicht, deswegen da steht glaub ich aus, auf ja, ja ja, ja ja, ja ja, aber ich kann da jetzt nicht reingehen ich seh null äh, töte ihn mal ja, reicht schon zerschnetzelt ihn hier äh, wollen wir vielleicht speichern mal? ja, wo denn? ich weiß nicht, wir könnten was bauen ja, dann warte doch nicht geh weiter die Höh- ne, nicht geh weiter die Höhle ist schon wieder so unendlich groß mach, warte, warte, ich mach was speichern einfach mal ab dann passt die Sache ich pack grad in der Wand was ist das? alter, diese Schlappe, ne? das ist ne Map und Kompass was? Map und Kompass ja was ist denn? ja, zurück warum? ich will nur mal abspeichern dann läufst du nach warum läufst du schon wieder irgendwo in der Ritze? bin der Ritzengänger ja, das bringt mir nix, weil ich seh nix und dann hier sind, hier sind, hier sind Snacks, nimm die doch, ja seh man nix und dann rennen er in irgendeine Ritze rein, halt, alles ist so unnötig first world problems wenn ein Kumpel in der Ritze reinrennt ja, ist halt so alter, da rechts geht's so hart irgendwo hin du rennst schon wieder in der Ritze jetzt ne Ritze ich find das nicht lustig, da geht's weiter nein, es geht da raus, oder not nein ich bleib hier, sachwarten, ob sowas passiert ne, alles clear ja, geht weiter ja da ist jemand da haben wir gesehen wo? klein, groß, weiß ich nicht, aber da ist einer direkt um die Ecke ich bin in der Ritze ich seh wieder nix hier sind sogar wieder so viele Rote ja, da war auch ein Muluk alter, hier sind so das ist so groß, alter wo wollen wir dann hier hin? schieß mal mit der Leute ja, warte, schieß mal ich hab keine Leuchte, doch nicht guck, alles clear ich hab den noch grad gesehen ich hab keine Schüsse mehr fuck da sind lauter Tote doch, da ist eine Spinne Achtung, geh weg, geh weg geh ein Stück zurück ich muss zu Katana da ist eine Spinne was machen wir jetzt? das sind Babys die kommt was? da ist eine Spinne und ich seh nix ah ja, da ist sie ja na? ja, was machen wir jetzt? ja, töten oder nicht? ja, weil wir können nicht einfach rein werden ich probier mit dem Bogen ja, das siehst du da hinten? doch, hier ist grad schon soll ich sie anlocken? ja man muss eher in den Schritt schießen mit dem Bogen hab ich gemerkt, gehört ja ja oh oh warum pushst du auch? immer ganz ruhig ah, die Babys ich kann die Babys nicht töten ja, ich grad auch nicht ich hab nen Bogen das ist grad packt das wär nicht geil da für die was zu verschwenden ich will mit dem Bogen ich will mit dem Bogen wenn du mit dem Bogen in den Schritt schießt dann braucht die nur braucht die nur 2, 3 Hits und die ist down du musst sie halt anlocken das sind Babys, die springen rum ja, lock sie noch ein bisschen mehr ich muss halt treffen ja, die kommt nicht komm du oh Hilfe aber die spreizt die Beine nicht oh, die brennt sauber ich spreiz die Beine nicht was macht die denn? Aua! Aua! Geh weg, ich schlau mir schlag mit dem Katana das hat keinen Sinn jetzt spreizt sie die Beine danke Au! sag doch, dass die auf mich zuspringen, Alter die ist down, 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 down ja, schön, ich auch wir gehen ein bisschen zurück wegen Babys wegen den kleinen Piss und so, ok äh, ich hab Durst, as fuck warum verliere ich so schnell alles Alter, ich hab... ich hab Hunger, as fuck ja, ich hab Durst aber da waren tatsächlich Snacks ich hab ein paar mehr jetzt grad, hä? ich bin komplett voll was gut ist, du kannst dir die Pfeile immer wieder holen ja, hier ist noch ein Baby, töte mal oh! der hat mich angesprungen ich bin fast tot nicht er, sondern es ich muss mal Medizin schlucken ach, du bist so ein Spaß das kann echt nicht sein Hilfe irgendwann bleib ich stecken ja ja dann haben wir nicht gespeichert oder müssen alles nochmal machen weil wir zu lange her gespeichert haben wir könnten mal wieder zurück zu unserem Ding und nochmal aufspeichern ja, ja, machen wir ja genau die Hülle für den Kreis hier rechts waren wir noch nicht komm, hier zurück da sind wir gekommen hier rechts waren wir noch nicht wenn's da irgendwo hingeht da waren wir noch nicht oh, ja da geht's irgendwo hin ich bin sehr sehr sicher waren wir hier noch nicht alle wie weit ich hab da keinen Bock mehr hoch zu gehen das kannst du vergessen vor allem nach oben braucht man ja Ausdauer voll viel ich hab keinen Bock mehr hä, alter ich komm gar nicht mehr an ja, kommt grad an lol ja, dachte ich wenn hier unten jetzt nichts ist das sind Kissen ja, das ist irgendwo deine Axt warte ja, ich seh sie erster hier hinten ja, Leute, endlich diese alter Alter wir hätten einfach nur grad auslaufen müssen mal ah Pfeile und Leuchttwackeln Dynamit alles Dynamit ja, keine Ahnung ich hab jetzt keinen Bock auf Aussprache zu achten alter, das ist mir so egal nach 10 Jahren Dynamit nach 10 Jahren Dynamit und so du kannst die Dinger zerstören, ne alles was bringt ja nichts, das ist ja nichts ja, in manchen Sachen ja, aber das haben wir ja schon voll das Zeug oh, ist das geil endlich diese wie du hier Ausdrücke rumwirfst ja das gefällt mir gar nicht und dann kam auch noch diese ewig lange lange Ding nach unten ich war mir jetzt so sicher, dass mich da irgendein Spaß die direkt angreift speichern und schlafen oh Leute, das war der Part Penis oh Leute, ich würd sagen, das war's von dem Part jetzt ist zwar immer noch dunkel draußen, aber es wird langsam hell ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, dann lasst eine Wertung da wir haben jetzt mega, mega nice endlich die moderne Axt gut, ich würd sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Wertung da schaut auf jeden Fall am Samstag vorbei haut rein bis dahin und ciao, ciao ciao